Willkommen zu einer neuen Folge, Sohlkneut Folge 4. Wir haben gleich ein paar Knochen. Let's go. Ich werde jetzt hier etwas weniger reden. Also ich habe geschehen etwas weniger Reden, das ist einfach, weil ich habe keine Themen. So und Leute, da kommt keine Themen zum Reden beim Video. Also ich habe keine Themen, die ich habe. Das war's. 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 Das war's.